halt auf der msn hat aber schon 32 wie das so ja gut du hast auch alle trainer besiegt ich nicht waren hier gab sie nicht überall irgendwo analysiert gab es im casino nicht auf dem boden überall irgendwelche chips ein paar haben wurden ja auch geschenkt wenn endlich ist ein wildes pg otto warte mal wir nutzen die hier eigentlich auch tränke die arena leiter oder nicht keine ahnung gar nicht mehr ich habe noch nie ein gegner item einsetzen sehen hier wird wahrscheinlich irgendwann reihen gemacht aber jetzt ist noch nicht ich kann mir nicht vorstellen dass sie die arena leiter so ist was ich wissen was nämlich er ein nämlich ist dann nämlich stands bohr oder nämlich sleep powder musst du wissen oder soll ich einfach blutsäure kommt blutsäure rauskommen weißt du auch kein menschen wenn wir dir sagen irgendwas rausnehmen soll es dann kommt irgendwann mal eine situation wo es die schlechte idee war und dann sagst du mein gott warum hat ihr mir das gesagt ihr seid so dumme herrschlöche irgendeiner muss er schuld sein ich war ja so wind das kann sogar windstoß erlern ja klar an pikachu windstoß ja ich bin ja nicht doof weiß ich auch du bist nicht doof was eigentlich ich hätte mir fällt über ein dadurch dass wir nur zu viert aufnehmen hatte eigentlich irgend kaputt nehmen können warum das kann man auch so fragen ja gut ja ich und schon wir haben der erste hat halt wieder sagen genommen und wir waren halt gleichzeitig das kann man nichts ändern ja ich hätte ja auch kein dieser sagen gewollt aber so bitte bitte warte mal kommen nach in der leute irgendwie hallo nein okay du sollst ein satz zu ende sagen das liegt voll auf richtig ja die tms kannst du immer noch da jetzt geschafft so wenn ein arena leicht wenn du die tern von dem arena leichter willst dann holst du dir einfach ich stehe darauf naja gut der team rocket typ ist viel zu schlau der sagt ich stehe ich stehe dir im weg was willst du dagegen machen oder dann zeigt er nichts mehr und wir kämpfen auch nicht weil es echt schlau der macht den sense ja warte mal gar nicht heute fertig natürlich müsse ich ja hier fein hier fein ja fein halt einmal als so du hast aber bestimmt dieses teil für mich oder ja mieten jetzt nicht weil der ist echt zu negativ dafür ist einfach zu dämlich ist durch ein schiff zu laufen ist traurig aber so ist hey warte mal wo hat man dieses doof die coin dings bekommen das war doch hinten schalter am schalter ja natürlich kann das jetzt im spiel anders sein aber original war ja ich weiß ich habe also ich kenne hier die generation eher nur durch ein anderes online spielen da gab es das war anders aber original war es am schalter soweit ich weiß hier ist jemand der heißt martin hallo wo ich glaube ich habe gerade massen gesehen erhalten erwarte vielleicht ist es der falsche schalter aber da war ich ganz verwirrt weil ich in dem haus vielleicht der händler zu bühne hallo wir haben aber wahrscheinlich kann man da nicht ich kann sie das spiel überhaupt hoch ein muck hello ich bin da trio ja natürlich werde ich sofort vergiftet hat mir gesagt dass ja aufzureden oder kennt you enthält ja klar mache ich du kannst lesen ja was also denn 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 du 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 wir bitte teilen ein ok hey du krieg eigentlich immer kritten und ich darf nur müssen dass ich ein bisschen unfair auf fakt nie ich will jetzt von jemandem sexuell belästigt ich finde das unverhältnismäßig ich will das aber sie wie haben entweder sie will das nie wie haben kann ich es haben ne lift man hat die ganze zeit von dem wie geredet und dann ist der npc verschwunden und da war noch der pokéball und das war einfach nur ein lift key man jetzt jetzt kann ich hier testen gibt's doppel battles schauen wir mal oh ich kann ja nicht einfach durchlaufen ich muss gestehen bleiben na gut wäre voll cool wenn es dabei wäre das geben würde ja ich mag doppelbettel zwei rasierblatt würde mir überhaupt nichts bringen gegen dein team ja oh gott oh gott oh gott nein verschiedene floors was mache ich jetzt ich will ganz nach oben komme ich hier raus warte mal die hure die totet mich damit ich bin auch ne komme ich wie komme ich aus dem top teil raus wer ist jetzt überhaupt noch da ich war sie du ja sie ist relativ ja es weiß ich der tut nur so als wäre da und gleichzeitig tut er so als wäre nicht da auch gerückt marcy hasst uns ha Jackson hat mich erschreckt Michael Jackson nein ihr fucking Jackson ich wollte man hätte ich gewusst dass er da ist dann hätte ich meinen pokémon umgeändert hätte ich gewusst dass Michael Jackson noch lebt da hätte ich aber ganz andere vorkehrungen getroffen machen da bitten die Bass com ca mit Bye finally es ist zum date die die de wir schauen wir gleichzeitig auch nicht ich baue die der schiff nicht weiter kommt ja ja weißt du er hat von anfang an googeln können oder halt bei die räume klären ja das wäre schon nicht weiter weil ich nicht weitermachen was soll ich tun ja marcy das möchtest du und wie weit hast du es trainiert dein oma ja aber welches er ist es jetzt war das nicht vorhin 18 hast du aufgehört das zu trainieren ich trainiere jetzt andere wieso das ist eine gute idee herr warte mal du weißt dass du mit oma das alleine schaffen kannst warum trainierst du nicht nur oma ich glaube er hat keine oma weil du kannst später in der ssn oder so da kriegst du ab normal für exp ab normal oder normal ab gute frage da ein polis weg weg ich habe einen gefunden warte passiert wobei ich gesagt habe auch eine animation und meine animation mich doch am die fressen haste zweihalbe poliwax johleni und k gib mir items die meintems die meintems haufte rede zu finden hat mir ich stelle mir so einen schonwerf vor der einfach nehmen so einen passanten steht eigentlich gar nichts von irgendeinem will und nur seinem leben nachgehen will und dann stehst du da auch nee das ist eine stealth mission bedarf nicht von den npcs gesehen das ist blöd das geht gegen deine gibt mir items natur das ist im online spiel gar nicht so einfach auch ein wenig leck und so gib mir items ach nee ich komme hier nie mehr raus wieso jetzt jump endlich drüber wenn ich irgendwann mal tränke einkaufen gehe ich nur die msn für die kumumumilch alles andere ist ja ich bin rausgekommen es ist jetzt habe ich angst dass ich nie oh gott wie es so existiert alles peter 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 hitler das macht mich fertig das spiel das macht mich fertig egal jetzt bin ich voll in team rockets dings aber wollte ich ja gar nicht im rock 3 max äther gefunden in einem pokéball nicht schlecht das ist nicht reingestopft ja ich frage mich ob man mehrere bietet ein pokéball bekommt weil wir sind ja wenn man keine mehreren punkten wert hallo loading map bist du noch am leben bist du doch am leben bist du noch da bist du doch da hallo kämpfst du du hast keinen namen über deinen kopf du machst mir angst ich kämpfe nicht weißt du weißt du na ja oh vhat der hallo ist n pixi ööööee rs.. oh ich hasse pixi es ist ne große trucs es setzt Mitronomein und es ist nichts passiert ich bin voll verwirrt ach von da aus komme ich da gar nicht rüber wieso ist gerade nichts passiert es ist etwa Mitronomein gesessen das war's oh Golden Gate das ist das ist eine fehlattacke ja sie sieht aber ziemlich scheiße aus weil die nicht wirklich schaden macht ich bin voll verwirrt er kann hier gar nicht weiter aber kann doch weiter ich habe ich habe noch was nicht gesehen was blau war die gute idee wechsel aus wenn du verwirrt ist das halt versorgen ja und aber warum nicht dem zufall das aber ich habe die chance mich selber zu schlagen warum soll ich das nicht machen ich habe ein pokéball gefunden guten oder schlechten ein ganz normalen weißt du das traurig ich weiß nicht warum hey oba bob warum findet man jetzt noch im fucking popel pokéball das gerade was war es hast du es auch gehört ja böse marci du kriegst keine chips ist erst ein eis auf richtig marci kann sich nicht mehr reden glaube ich ja gar nicht kann ja generell nicht ja kann das bitte aufhören marci was war das der komische sound da dachte das war mein headset ganz ich habe es gerade eingestellt ja bitte macht es nicht mehr ja mute dich bevor du dein headset umdienst weil sonst macht das komisches aus schon wer hättest du das noch mal zum poké sein zu gehen ist ein abschließenden kampf oder heute ja wenn ich irgendwie hier raus sind vielleicht flucht sei ich weiß nicht ob ich dann da lande weil das hat mich ja überall irgendwie komisch interpretiert du kommst aus dem gebäude theoretisch wie kommt man jetzt noch mal zu geben das letzte mal sich in der höhle war eine flucht als sei eingesetzt hat hat sich funktioniert ich weiß nicht wie ich hier rauskommt ich kann meine wie selber checken weil ich die sehen kann dass du das behauptest du nur du hast eigentlich keine ahnung weißt du das war ja das war ja dann das war ja nicht scheiße fucking zu verdienen denn 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 wenn man musik ist geil aber es hat ja auch ja immer weiter nehmen oder war es gibt man ja auch wo man es lieb oder wenn ich es pokémon zu bahn das hat die paula nein ob man das die paula und kann ja logisch ja schon es hat keine insomnia es hat keinen habe ich daneben gehauen okay irgendwie steht da nicht dran dass es misst oder so es ging dann nicht das geht hey oppa news team bleiben trainer ein guter was das gerade gesagt you don't seem experienced and battle hard enough to take up my time alter glatzköpfiger dein gesicht merke ich mir was einfach weil ich mir die haare nicht merken das speichert speicherplatz speicherplatz warte meckham hat meckham als dirty hast du jetzt schon irgendwie bekommen nein warum nicht weil es keine war sondern ein lift key ja du kriegst das ja auch nicht im team rocket gebäude ja aber der hat was von eevee gelabert und dann ist er weggegangen da war noch ein pokéball da und da habe ich gedacht dimitri foxes china imagination seid ihr hier die entwickler das sieht aus wie der entwicklerraum das ist der entwicklerraum boah my crawl official level 40 jetzt warte ich kann in der stadt doch feuersteine kaufen oder das sind das lustige entwickler ist der entwickler sagt guckt auf so ein globus und sagt ich frage mich wo man sie noch reinpackt ok level my crawl of noch bis 45 und dann habe ich op attacken outrage und flare blitz ich krieg die smooth bell von dem wenn ich sage dass deren mapper eine gute arbeit machen was ich finde machen wir auch hier daccio das bekommst du dass du mich endlich mag was ist wenn du nein sagst und dann ich hab mal ehrlich gebannt weil ich finde die maps ziemlich geil gemacht ja aber wenn man ein bisschen gebannt da wärst du gekickt oder so genau selbst ist so und ein gar kein schade gemacht wo es 17.000 xp 17.000 hat fast gar nichts gegeben hieß wie sie wetting an den porten part of hohen dann störe ich meine ich kann ich mit dem ich möchte gern b1f und hier kommt man kann ich hier alle ich will ich weiß nicht wo ich aus dem scheiß gebäude rauskommen ich gehe aber hinten wenn du gegen mich kämpfe ist einfach richtig ich versuche jetzt mal fucking seien ich will jetzt noch gucken ob ich will hier ja trotzdem raus es hat funktioniert ein wunder man kommt es gleich zum fucking nirgendwo zum pokessentern wie so gegen dac trio aber ein bisschen aber ein schaufler macht es natürlich kaputt so wie sie geschafft und jetzt bin ich schon bei der folge berichten ich bin nicht weg gehen wo bist du rechts am boges enter ich kämpfe gerade gegen den zusten im sonnenfluss ein kacken nur guck mich dass sie wieder hat das war ein scherz wie warte du hast an die man ich habe kein ewig aber ich glaube ich weiß wie ich es bekomme und das hole ich mir jetzt noch auch kaum sonnenflora verreckt doch einfach auf ein giftkäfer ein gute attacke ja okay du bist auch schon was sage ich als man kalter der arsch ist im weg und will ich die wollen mich alle lüten lassen sie zu fett die sagen alle sind mir weg und dass mich nicht durch was wir machen vielleicht tue ich meinen videos herausholen das euch tode peitscht das finde ich doch nur geil dann hole ich mal chrome fraus und das peitschel was ich weiß nicht das finde ich auch geil der kauft mal items gibt mir jetzt was da liegt pokémon ja ein great ball nutzt uns im originalen musste man in irgendein haus hinten rein ja ich weiß aber das gibt es nicht ist halt ich will so doof dazu mühselenius was gibt es denn ich hätte jetzt auch gerade gegoogelt ja gut hier pokémon revolution online hey du pokémon was hast du nichts fragezeichen super war einfach gefeier steune tms gibt es hier der stelle tms tm 01 bildet hier so 2 25 war leck mich überwissen wie ich das hier haben alter mann noch mal hier und hier kann man jetzt halt out ewee mission hier kann man dick tm kaufen für 3500 auch ich weiß nicht einmalig und dragon claw auch für 3500 und sei schon für 3500 ich habe schon einen elevator kei ok äh 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 So you start this quest by talking to the officer standing in Sierra Leone near the casino okay Das hab ich schon gemacht Oh Feierstein Ey Galten After that talk it's done you head into the casino and talk to the nerd standing in front of the chair ja wir mach ich das wohl am nächsten mal wenn man das ewee wirklich äh so bekommt da würd ich sagen hör ich jetzt dann auf oder machen oder wollen wir auch den kampf machen dann bin ich jetzt fertig Ich weiß nicht nicht okay fuck you dann nicht Ich hab endlich ein Feuerstein Jonge aber ich will mein Pokémon auch nicht trainieren ich will es jetzt bis 45 trainieren dass ich die guten attacken du willst du nicht trainieren ich will es erst trainieren hä du hast gesagt ich du willst es nicht trainieren du willst es erst trainieren du willst es erst trainieren ich will es noch nicht entwickeln ich will es erst bis 45 dann hier dann gehe ich noch Outrage und irgendeine andere cool Attacke Outrage ist interessant das Pokémon wird dir wahrscheinlich ziemlich gut helfen in der nächsten arena ja klar das keine Ahnung welche das ist nein pflanze in der Stadt ah ah ja ich habe ja jeder irgendeinen Taubos auch noch ja stimmt das hast du ja auch noch ja gut da würde ich sagen das war's bei mir von mir auch ja da ist er ja komm wir setzen uns hier wie die coolen Kids das ist jetzt irgendwo ich habe Angst vor Fenstern hallo ach ja weil ich dich nicht mag ja ich hab die Schnauze voll Marzi ist ein böser Mensch nein ich habe keinen Bock mehr auf die sie scheiß spielen ok weißt du was du hättest mir hätte genau so ein Problem bei den normalen Pokémon ja und ich band jetzt die Aufnahme ich wow